so freunde burning easter 2021 geht ab schönes gelbes bengalo oh ja ich glaube ich stehe ein bisschen im rauch ich gehe mal lieber an den rand ja genau sehr schön das gefällt mir vorsicht tut dir nicht weh der pyro nachwuchs ist auch dabei jetzt wird er immer kleiner die flamme das war's jetzt machen wir weiter mit funke in rot so jetzt let's go mit rot immer wieder hier rüber genau der geht aber alter das geht ab das ist ja nicht rot aber holler die waldfee geht ja ab wie ein düsen triebwerk leckt mich fett das war jetzt funke das war schon eine andere hausnummer oder was hast du das war besser so jetzt nehmen wir mal blau von nico wieder blaues bengalo jetzt machen wir bengalo blau von nico was sagst du dazu jetzt dreht dein nachbars hund durch aber es ist doch nur licht ne aber es ist doch nur licht ne alles klar so sind wir jetzt gleich zu ende so das war jetzt blau mit hundeuntermalung so jetzt ziehen wir uns noch zum schluss noch den letzten roten von funke rein hoffentlich finde ich irgendwo die zündschnur ich finde sie gerade nicht da ist sie doch jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie er gibt noch mal alles also funke ist echt unschlagbar das muss ich ehrlich sagen halleluja ja vollgas das sieht aber wirklich rot aus oder was sagst du ja so freunde das war schon die kleine bengalo einlage und ich hoffe ihr habt alle schöne ostern bis dann